Heute sprechen wir über die beste Thermostate. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die beste Thermostate. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Zahlreiche Heizkörper können an den Markswandoberfläche ein Thermostat angeschlossen werden. So haben Sie die Alternative, jedes von Ihnen über ein Guard-Kit zu steuern, indem Sie sie zentral kombinieren. Es muss also nicht jeder Heizkörper separat eingestellt werden. Das Guard-Kit kann insgesamt 8 Heizkörper-Thermostate gleichzeitig überprüfen. Die Version ist besonders ideal für große Büros. Nur das Ziel sowie die reale Temperatur werden vollständig im Display angezeigt. Wenn Sie in einen kühlen Raum kommen, können Sie die Boost-Taste drücken. Dadurch wird sofort sichergestellt, dass die angeschlossene Hausheizung auf das Maximum aufgedreht und die Fläche so schnell wie möglich auf das gewünschte Temperaturnive erwärmt wird. Nummer 4. Der Tato-Thermostat ist ein Zusatzprodukt, das für Tato-Starter-Pakete auf den Markt gebracht wurde. Auf diese Weise werden Sie sicherlich in der Lage sein, ecklich fürs Haus noch klüger zu machen. Bereiche oder Zimmer können mit diesem Gerät eingerichtet werden. Wenn Sie die spezifische Flächenkontrolle nutzen, um zu helfen, wird der Komfort voll ausgenutzt und der Stromverbrauch minimiert. Wenn Sie tatsächlich bereits Tato-Werkzeuge installiert haben, können Sie den Thermostat einfach in diese Schaltungen und auch Routinen integrieren. Es kann auch schnell zur Anwendung für andere vorhandene Designs hinzugefügt werden. Tato-Kompatibilität mit verschiedenen anderen Öfen ist manchmal so hoch wie 95%. Dazu gehören auch Gasheizung und auch Fußbodenheizung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Der wifferfähige Thermostat von Funt ist ein intelligentes Gerät, das mit einer App auf Ihrem Handtiefer waltet werden kann. Offensichtlich ist dies auch von der Tablette machbar. Sie können 30 Konten konfigurieren, mit denen Sie das Warme an Ihre Bedürfnisse im täglichen Leben anpassen können. Es gibt zusätzlich regelmäßige Phasen, die Sie als Aufträge festlegen können. Der Thermostat ist in der Lage, die Klimainformationen über das Internet zu erhalten, um sich klimatisch mit der Heizung warm zu orientieren. Die App ist kostenlos und auch mit Android und ist geeignet. Nummer 2. Der Wandhermostat von Eberle hat ein ausgeklügeltes Desicht. Der Hersteller Eberle setzt modernste bimetallische moderne Technologie ein, die thermische Reaktionen ermöglicht. Das Gerät handelt mit ausgezeichneter Genauigkeit. Der Thermostat kann am Putz oder in gerader Verbindung mit der bündig montierten Box befestigt werden. Der Terminalraum ist recht groß gehalten, so dass die Terminalreihe, die wirklich klar ist, schnell und auch schnell verbunden werden kann. Das gewünschte Temperaturnivea kann unter Verwendung des Rades zwischen 35 eingestellt werden. Ein klarer Plan der Zahlen ist leicht verfügbar. Und die Nummer 1 unserer Liste. Der Thermostat Salus Eid 500 kann über das Mobiltelefon und das Netz gesteuert werden. Die Reichweite umfasst den Eid 500 Thermostat inklusive Batterie, Eid 500 Eingang mit 5 Volt. Ein Empfängerteil namens Eid 500 RX, die für 230 Volt gemacht ist. Ein Ethernet-Draht sowie ein 5V-Adapter in der 2-Kanal-Variante. Das Gerät kann zwischen 16 an und auch 5 A geschaltet werden. Es kann nicht nur die Hausheizung steuern, aber auch das gemütliche Wasser. Egal, ob Sie Ihren PC im Haus oder von der Residenz mit einem Mobiltelefon verwenden, das Guard-Kit kann von überall auf der Welt ein- und ausgeschaltet werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.